So, hallo da draußen, wir sind hier immer noch bei Radio X mit der Sendung FedEx und Hedda und Dim sind auch immer noch bei uns im Studio und gleich dürft ihr eine Live-Performance von den beiden hören. Was habt ihr denn für uns vorbereitet? Ein paar neue Bars, bei dir irgendwie ein neuer Part. Ich glaube die Leute kennen das auf jeden Fall noch nicht, oder? Ne, also ist nicht draußen oder so. Ich hab's glaube ich immer performt, ja. Ja, live haben wir das mal gebracht, aber ja. Da mussten sich die teilweise Jüngeren die Ohren aber zuhalten. Auf jeden Fall die Weltpremiere im Radio, oder? New Shit, ja. Also es kommt auf jeden Fall auf German Bay. Auf jeden Fall. Soweit ich das halt hinkriege, auf jeden Fall. Okay geil, wer von euch beiden möchte denn anfangen? Fängt ja dem an, würde ich sagen. Alright, ich brauch kein Beat, ne? Ne, einfach Akapelle. Dann, the stage is yours. Und red jetzt keinen Schwachsinn. Ich gab dir die ganze Nacht lang nur Teeple Orgasmen. Und du hast geschrien und mich gekratzt, wie ne wild gewordene Katze. Ich mein, ich bin rough, aber was bitte ist das denn, du Affe? Du hast's erzählt vor all den anderen, die ich nicht kannte. Plötzlich wusste jeder, wie hart ich im Bett bin. Ja danke, doch kurz darauf verlässt die Schlampe mich. Monatelang muss ich mit ansehen, wie sie ihr Leben lebt und ich es nicht kann. Doch glaub mir Madame, das war längst nicht alles vom Plan. Ich setz unsere Beziehung in Brand, bis das Feuer in allen Teilen der Erde brennt. Über das Meer wieder aufs Land, über die Berge bis zum tiefstgelegensten Puff in den Slums. Ich bin gone, Prinzessin. Du hast immer um deinen eigenen Song gebettelt. Hier hast du den Track. Ich hoffe, er ist gut geworden und gefällt. Und wird deinen Ansprüchen gerecht am Ende. Denn das hier ist noch längst nicht das Ende. Put some respect on my name. Shit! Shit! Nice! Birdman-Anekdote, Alter. Die wenigsten Deutschrap-Fans werden das überhaupt raffen, wahrscheinlich. Ja, scheiß drauf. Gehört auch nicht zum Fakes. Weltpremiere hier bei Radio X, das war Dim. Yes. Jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt mit German Bay. Yes! Möchtest du auch? Leg ich direkt hinterher. Let's go! Ey jo, die Taschen sind leer, da läuft irgendwas verkehrt, fällt nicht schwer. Denn ein Leben mit den Jungs ist es wert, es ist wert. Unter uns bin ich ich, er ist er. Untergrund, doch da geht's sicherlich noch ein bisschen mehr. Ich bin ehrlich. Trotz meiner Kindheit, wollte ich 24-7 nur noch Kind sein. Hab's gesehen, doch diese Welt hier muss blind sein. Mir egal, ich bin high, halbes Leben sinnfrei. Hart am Arsch. Irgendwann stehe ich im Papas Grab. Frag mich, wer er war. Frag es mich seit dem ersten Tag. Doch hat das alles niemals wert gehabt. Das alles härtet ab. Hat mir irgendwer gesagt. Ah shit. Das Leben ist hart. Ich bin Heller. Was ist schon deutsche Rap und was sind schon deutsche Rapper? Jede eurer Videos beweist, dass Mama recht hat. Die Situation verschlechtert mit altgefüllten Bechern. Oh shit. Yeah. Damn it. Nice. Thanks. Also ich hab grad schon wieder diesen Kontrast einfach zwischen euch beiden gehört. Ja man. Oder wir ergänzen uns. Ja ihr ergänzt euch echt. Also Songs mit euch beiden ist immer geil, glaub ich. Also groove dann auf. Ich hab mich ja schon wieder gesetzt.